We are heroes tonight Mitte 2 raus, Mann! Mein Jobwax, aim doch mal! Ich soll auf einmal Dinge anfangen, die ich gar nicht kann. Mitte sind noch, ja. Onside schon. Du Bengel, du frecher Bengel! Äh, Jerry? Äh, ich habe Fragen. Jerry, ich switche auf Jerry und sehe, wie er mit der Nate in der Hand einem Gegner hinterher läuft, der ihn nicht rafft. Und er aber einfach mit der Nate nur, läuft ihm einfach nur hinterher. Ich habe versucht, ihn zu dazern. Mit der Nate. Ein, das bitte dort. Jerry, ich warte, ich warte seit einer Stunde, dass die Smoke weggeht. Jerry, du, 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 ich geh mal raus. Oh, Mann. Der, 28 in ein. Oh, oh. Die gefällt mir nicht. Nice. Mach ich mal. Hallo. Okay. Ja, Guardian steht auch halt. Ja. Komm schon, Lenny. Kobi. Ja, ciao. Aus da rein. Auf Yellow. Er darf da einfach stehen. Auf Yellow noch. Und? Oh, oh. Tick tock. Hi. Letzter, letzter 16. Ich versuche trotzdem erstmal noch die Bombe down zu kriegen hier. Der wird ja hoffentlich A sein. Ah, ja. Hi. Oh, mein Gott. Ja. What the shit? Schnell, die Blutschessprallen weggeschossen. Ei, 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 ei. Und seitdem bin ich unkonzentriert und müde. Oh, aber Rhystic nicht. Rhystic ist da. Rhystic ist da auch. Und der letzte ist der Bottom Trigger. Und Rhystic hat Full HP und Kevlar. Und er nur? Fragezeichen. Nice. Eins. Ei, 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 ei. Ein. Number one. Fünf Schuss. Fünf Schuss. Ah, ja. Das, äh, ist auch genauso wie man das macht mit dem Taschenrechner. Fünf Schuss is all I need. Oh. Der Gegner nennt dich Sternchen 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 Sternchen. Ok. Ok. Oh. Haha. Doof, ne? Ja, piekt. Was ist denn das für die Patze? Loll, Alter. Jerry. Jerry, echt mal. Was liegst du denn da rum? Mann, Jerry. Ich bin dafür, dass wir Jerry kicken. Dafür, dass er da liegt. Sleeping on the job auch. Wer chillt eigentlich da schon wieder so auf der E-Box hier? Das ist ja richtig wie das Sleeping on the job hier. Diesmal ein Gegner. Ah, da ist er. Hab ich doch. Ich war beschäftigt mit wichtigeren Dingen. Halt dich links. Ich bin nur weiß. Ja, ich bin einfach länger weiß als die Gegner von meiner Flash sein müssten. Keine Ahnung. Oh, noch zwei. Aber als ob. Mir waren es auch genug Flashbangs in Banane. Boom. Okay. Verdient auch irgendwo. Also das war aber auch alles Magic, was hier die Runde passiert ist. Schon diese P2000-Kills. Das war das Zigaretten-Aim. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, die Zigarette nicht fallen zu lassen an der Maus. Hallo? Ach, jetzt. Willkommen zurück. Jetzt haben wir alle Timeouts verbraucht. Schön, dass du auch da bist. Junge, ich hab so einen Durchfall, ne? Hau. Ah! Sorry. B, 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 B. B, 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 B. Der ist. Ich. Das macht mich. Ich. Und hatte Dulis. Hey. Hallo. Hallo. Hier hat auch eine Spam-Waffe, ey. Vaginen. diese diese betonung aber auch dabei das war eine gute runde ich möchte mich gerne auf eine bahn legen und von dem truck erfassen genau jedenfalls nicht dann wieder durch wollen danke bitte muni nicht anschreiben muni ist sensibel ja immer wenn ich hier ankomme sind die immer schon wieder weg vor allem wurde ich dabei aber wirklich gleichzeitig ich gleich mit flash hallo du hast einen kopf möchtest du was waren das für ein ping 30 pikers advantage gerade ich habe ihn nur gesehen ich mache markerein ich würde gerne bitte ich könnte in einem highlight video mal dieses trauma aufarbeiten was ich gerade erlitten habe ich habe nichts gesehen da war ich schon tot ich werde frust fressen ich werde frust fressen ja ich werde frust fressen ich werde frust fressen oh nein ein zug wird durch ja ein zug wird durch 30 in 2 mit ner piegel ist aber auch unfair finde ich ja das sollte auch gewonnen werden ach das ist nicht wori wori steht noch A drauf ich dachte das wäre ne wori hätt noch B wori hat das memo nicht gelesen ich hab halt noch einen vor fucking B wori hat das Fax noch nicht bekommen dass es A ist das ist einfach deutsche behörde man kennt das das ist die finanzbeamten let's go mal ehrlich also die ähm tanzschritte der frühen 2000ern sind auch wirklich schlecht gut dass das jetzt gar nicht random war einer ist on spot B einer ist on spot B was ist das denn für ne kranke ZT steht ZT hat low 15 HP auf B spot bei Orange wo hat denn der da gerade gepeakt dass der da oben das köpchen nein oh nein die ist abgefallen ich bin nur aua der Schneewittchen da ist nix drin und ja er kann mich wieder erst hitten es kommt einfach nur ne Arschbacke rum und ich hab den Headshot sitzen die Stimme aus dem Off bei Warrior war immer nur irgendwie so Flüche irgendwo aus dem Off aus Kilometer Entfernung doch oh da war die Bombe nett Flasher Pool da sind noch zwei noch zwei an der Kranke es ist nie jemand blind jetzt guck in meine verdammte Flash sofort ok danke warte mal da ist ja einer über mir warte mal kurz ja gut das da hat er wo wo ist warte der er ist einfach tot jetzt dann steht ich habe sie gefunden die haben halt einen tower gemacht in der ecke keine ahnung was das werden sollte aber meine nate macht auch wieder half hp damage ja utility heute ich kann nur jute machen geil der war dir gewidmet jan bitteschön